Also ich verweise auf einen gestrigen Beitrag, also der auch genautet hat, die können es nachschlagen, eine freiwillige Einschaltung als Werbezweck zur Zahlung des Kirchenbeitrages, Ärzte zu CSB, Grazek und so weiter. Also eine sehr lustige, skurrile Geschichte. Und heute habe ich auch einmal großzügig wieder dasselbe gemacht wie beim Kirchenbeitrag, nicht nur bezahlen rechtzeitig, sondern 5 Euro mehr für karitative Zwecke. Und heute habe ich beim Schaffen das Gleiche gemacht. Ausnahmsweise habe ich meine Fahrradkarte wirklich bezahlt, voll Preis für die ÖBB. Ich hätte es nicht notwendig, verstehe ich habe die Fahrradkarte, aber ich tue es manchmal, gute Zwecke. Also man sieht ja auch, die umgrenzende Ausländer sind gut zu Österreich. Sie helfen in der Not und springen ein. Also ich grüße auch hier lieber Chris Schömpfond und Capillare und die ganze Krugge. Denke wie du. In Notzeiten muss man zusammenrücken. Jeder soll froh sein, der überhaupt noch eine Frau findet.